Kommt der Herr Meier vom Jagen So spart man Fallkommission Meier versteht viel davon Ja, so ein Jäger-Latein Das muss nicht unbedingt die Wahrheit nur sein Beim Stand ist schwer fabuliert Man glaubt es gar nicht, was da alles passiert Ja, so ein Jäger-Latein Erzählt man abends gerne beim Glästenwein Dann ist die Stimmung ganz groß Man unterhaltet sich famos Kommt der Herr Meier vom Jagen Dann weiß er vieles zu sagen Ja, bei der Neuesten Pirsch Fängt man mit Lasso den Pirsch Mit einem Schuss 15 Bären Was kann man noch mehr begehren So spart man Fallkommission Meier versteht viel davon Ja, so ein Jäger-Latein Das muss nicht unbedingt die Wahrheit nur sein Beim Stand ist schwer fabuliert Man glaubt es gar nicht, was da alles passiert Ja, so ein Jäger-Latein Erzählt man abends gerne beim Glästenwein Dann ist die Stimmung ganz groß Man unterhaltet sich famos Ja, so ein Jäger-Latein Wie kommt man vor, wie Relations